So, wir sind jetzt hier in der Sockerhalle von Mediacraft, mit der drehen wir heute das E-Shocks-Video. Das heißt, wir spielen Fußball und haben alle einen Elektroschocker irgendwo im Körper. Und der wird dann randomly von den Lohis da drüben ausgelöst. Und das haben wir heute. Genau, das ist der Hirsch oder der Stahl, da sind die Lohis, da sind alle auf jeden Fall dabei. Wir haben auf jeden Fall eine coole Aktion. Viel Spaß beim Video. I've made my mind up and I've given all I can. I am done being nice. And now it's up to... No. 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 Das war's. Aufwärmrunde. Einer sitzt in der Mitte und die schießen dann hin und her und wenn der den in der Mitte bekommt, ist der in der Mitte. Als ich so gut am Fußball bin, bin ich immer in der Mitte. Jetzt bin ich schon kaputt, voll im Spiel. Das war's. So Leute, wir waren jetzt bei Mediacraft und haben da einen E-Shock von dir mitgemacht. Und haben auch so Stromschläge in den Oberschenkel reingefallen. Das ist richtig krass. Das werdet ihr auf jeden Fall bei Sender Time sehen. Ich verlinke alles in der Videobeschreibung. Alle Leute, die heute dabei waren, schaut einfach den Link in die Videobeschreibung. Echt coole Leute bei Mediacraft. Lukas haben wir gesehen vom Fußball. Dominik natürlich, großes Dankeschön an dich für die ganze Führung. Heftig. Die Lori ist natürlich auch dabei. Tolga. Ben war dabei. Das ist ein Mr. Pepperoni. Mr. Pepperoni. Das ist auch an dich. Und ja, jetzt sind wir dran bei uns. Wir verlinken euch hier den letzten Test. Und hier das letzte Unboxing. Und jetzt ein bisschen raus Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.